herzlich willkommen mein lieben freund zum neuen video auf meinem kanal wir schauen uns heute an die neuen spcs die gekommen sind ihr seht schon ist auf jeden fall wiedergekommen den ich schon habe aber ich sage euch auf jeden fall auch was zudem garantierte tot spekt und wieder die inform packs weil die informpreise waren viel zu hoch hat die richtig gemacht zum glück habe ich meine noch für maximalpreis zum großen teil ausgekehrt ja wie gesagt die sind jetzt wieder da das heißt die werden wieder sehr günstig sein also wer jetzt inform es braucht durch ein paar oder durch ein paar packs mit man muss allerdings sagen dass die ein bisschen teurer sind wie das letzte mal fangen wir mal mit dem ibra an wie gesagt ich werde ihn nicht abschließen weil ich noch ihn schon habt wer ihn wieder machen will oder halt noch nicht nur nie hatte kann den natürlich machen kostet ungefähr 100.000 meiner meinung nach vollkommen okay hat damals 200.000 gekostet ihr müsst halt hier zwei informs oder zwei trotz abgeben ist ja vollkommen egal werdet ihr ein bisschen was im verein haben dann macht ihr das recht günstig 100k geht für den vollkommen in ordnung garantierte trotz sbc habe ich vier stück gemacht eins geben wir hier noch ab zeige ich euch ungefähr 170.000 1 muss sagen für fünf inform sbcs und fünf mal das trotz pack hier habe ich ein million ungefähr bezahlt was schon sehr sehr viel ist was man sagen muss freunde also freunde ich zeige euch mal was ich hier abgegeben habe also ich muss doch fast alles kaufen also wie gesagt fast eine million hat mich alles gekostet idea aber für 40.000 wohl ihr seht ein kaga war was sonst 1 2k kostet jetzt hat durch diese trotz sbc bei 5k deswegen hoffe ich auch dass diese 81 plus text noch mal die tage kommt da könnte man das im stream noch mal ballern die trotz packs so gesehen wenn die 81 plus sie kommen ein torera ihr seht ihr 3000 company 16.000 ja hat man auch sonst immer für 8 9k bekommen taliska 5k riesmann einer der billigsten 89er deswegen habe ich ihn benutzt 37 auch hass hartfass 5 witzel 15.000 kampel 3000 benzema 15.000 und pausen noch mal 33.000 könnt ihr auch meistens für 30 erbieten aber wie gesagt da habe ich auch ein paar für 30 33 so könnte er natürlich auch die erbieten kriegt den billiger wie gesagt aber eine million jetzt für alles bezahlt ist schon sehr sehr viel geld wie ich finde dann senden wir das hier auf jeden fall mal gucken wir mal was wir rausbekommen ich schreibe gerne rein auch was die geschoben freunde wenn ihr die trotz packs gemacht habt habt ihr einen guten gezogen schreibt mal rein ihr könnt ja nur aus den top 5 liegen ziehen ich hoffe natürlich dass wir keinen torwart ziehen aber wird so oder so einer kommen gehe ich mal von aus wie gesagt von diesen informpacks habe ich jetzt auch mal noch fünf stücke macht wollte ich eigentlich mehr machen aber aktuell sehr teuer muss man sagen 20.000 ungefähr sogar ein bisschen mehr wie 20.000 also ihr seht hier was wir zahlen mussten deswegen warte ich noch ein bisschen bei rewards wenn die wahrscheinlich schon mal ein bisschen billiger sein ihr seht hier viele auch 2k 3k gekostet aber wie gesagt nehmen wir trotzdem mit ihr könnt ja die lösung genauso übernehmen ich habe die ja selber so gekauft ist sehr sehr günstig ist die billigste möglichkeiten also das zu machen billig ist es nicht aber ist so die billige möglichkeit werden die ihr nutzen können freunde wenn ihr natürlich in ladung coins habt wenn ihr wenig habt würde ich es euch eh nicht empfehlen ich würde sagen jetzt gehen wir natürlich in den shop kuma was verziehen können freuen werden wahrscheinlich immer abwechslend machen ein inform ein trotz pack ich hoffe natürlich dass sie was geben freuen ist natürlich da wie gesagt wenn es euch mit dem video auch gefällt dass sie gerne daumen hoch geben gerne abonnieren wenn ihr neu seid und dann müssen sagen legen wir jetzt mit den packs los abfahrt so freunde fangen mit einem teo tv spieler an und gucken wir mal was wir daraus ziehen wäre ja nice wenn wo kommen würde kommt leider keiner kann man eigentlich direkt skippen wie gesagt diesen halt aktuell ein bisschen teurer wie sonst aber kann man meiner meinung nach trotzdem mitnehmen ich pisse mit schalter ist ja noch schnell kappa also ihr seht ihr die wiese mit 50 tempo aber nehmen wir mit uns liegt ja in form ist nicht so verkehrt wir gehen zum nächsten tisch das bei der big wo ist es natürlich sehr sehr saftig kommt muss es sein ich habe bitte kein torwart ihr bitte auch keinen den schon ab gibt mir spania also ich glaube somit das freudigste was erzählen kannst du sicher kann alles da gibt es noch schlechtere 88 oder so aber das ist natürlich das was man nicht ziehen wenn solche spieler nur kommen wird es sich natürlich nicht lohnen wenn da nicht wenigstens ein kracher kommen würde können wir mal gucken was er kostet 6000 zum gesehen haben wir durch den 100k minus gemacht hat gar nichts theoretisch könnte man die nummer abgeben trotz spc würde man nicht mehr so viel zahlen bei einer jahr 90 rating hat aber trotzdem nicht so gut dass wir den bekommen haben finde ich mama mit dem hin vom pack weiter gucken wir mal ob wir da jetzt den ersten worc und sehen können worcow nice worcow gibt was gescheites kommt zeigt mir eine schöne flagge naja helme nicht mal helme abhaflenka auch je nach der bewertung den habe ich sogar glaube ich verkauft habe ich sogar glaube ich verkauft mein abhaflenka hat am besten noch 45.000 verbracht ja ihr seht die schon auch die portugal trikots aktiviert ich hoffe dass wir bei den portugiesen ziehen das kostet gar nichts so spieler könnt ihr natürlich wieder eigentlich investieren freunde könnt ihr gucken was er bieten könnt könnt ihr theoretisch wieder investieren wie er bock hat ich werde nichts mehr investieren ich habe noch habe genug coins ihr seht ich habe jetzt hier noch keine millionen reingepumpt und habe immer noch vier millionen oben stehen deswegen so wer da noch vielleicht ein bisschen investieren kann das auf jeden fall machen gucken wir mal was wir jetzt im nächsten totspack bekommen vielleicht jetzt mal einen gescheiten spieler mir jetzt ein portugiesen geben st wäre sehr sehr sympathisch komm mir was gescheites gibt was gutes ich wollte nicht nur spanische liga aber er im spanische liga oder rf hätte ich genommen ich dachte kurz messi freund ihr habt es bestimmt auch an meinem blick bestimmt gesehen aber das ist noch schlechter so man denkt es geht nicht schlechter 90er und jetzt kommt 89er ja extra wie seht ihr ja ich habe ich das portugal trikot aktiviert ja leider ist er nicht da der christiano und auch nicht der messi bei argentinien schätten gerne genommen den messi messi für die bank natürlich freunde ihr wisst aber banega er ist auch nicht spielbar kann man nicht gebrauchen da ist schon mal eine frechheit der kollege hier wir haben noch drei von beiden gucken wir mal was wir rausbekommen können freunde in form kommt nummer drei in form leider nichts aber vielleicht trotzdem 283 gesagt hallo sehr sympathisch den können wir jetzt abstoßen ich werde jetzt keine spc machen freunde ja ihr seht so ein 80er informe sind dann auch teuer weil die nicht zu ziehen sind aber ich werde jetzt abstoßen ich werde jetzt keine spc machen weil er wird sich nicht lohnen meiner meinung nach deswegen stoßen wir den lieber ab auch wenn es bitter ist wir kriegen halt aus drei informen zweimal demselben was halt schon sehr sehr belastend ist aber man kann es nicht ändern freunde so ähm mamas lifestyle pack geben die vielleicht jetzt einen gescheiten totz beim lifestyle pack gucken wir mal komm hier ey jetzt was gescheites rausrücken komm komm jetzt ist nicht nur mal toll komm was jetzt eine gescheite flagge deutscher chemisch ja immerhin chemisch habe ich halt in rot aber ist okay rating ist schon mal in ordnung 95 jahr und chemisch nehmen wir gerne mit ok damit bist du in bayern spieler ist schon mal sehr sehr stabil hätte natürlich trotzdem lieber ein reuss gehabt oder ein havers aber ja chemisch ja daumen hoch auf jeden fall also machen ja chemisch ja ist okay wenn man mit wie gesagt habe ich halt in rot aber kann man nicht ändern freunde nehmen wir trotzdem mit den chemisch haben wir die hat doppelt untauschbar vollkommen egal vier pegs haben wir noch am start ja komm inform noch mal die besewitsch machen hat die besewitsch möglichkeit besteht weil kein wo kommt also wenn der wiki streimer kommen würde wäre das ein stürmer portugal haben wir freunde leider ja könnte schon mal verkaufen wir noch ein optimist oder bierer können könnte ich mir auch wahrscheinlich so und bald aber ihr seht ich mache also so viele experimente extra für euch ob die sich lohnen oder nicht so jetzt noch mal trotz kümmer den chemisch nummer top das ist die frage ob wir den chemisch toppen können kommt gibt mir jetzt eine gescheite flacke gescheite flacke den hatte ich gar nicht auf dem schirm freunde habe schon achtmal oder neunmal gezogen viele wissen das kriegen argentinien wir kriegen so ein vanega portugal ich denke so ja ich wenigstens kann zählen der so schnell ist das wahrscheinlich sogar mertes akadene überholen würde also ja die kann man theoretisch alle bis bis auf chemisch wieder abstoßen aber wir können es nicht ändern wir können es nicht ändern 81 plus bei gucken wir mal kein walkout kriegen was 1 aus 5 1 aus 5 die war auch nicht so in göller laune die packs hier in franzosen z 81 82 ja immerhin nehmen wir mit habe in den verein mit dem jungen und dann kommen wir zum letzten pack zum letzten trotz pack vielleicht sind die noch mal gewollt jetzt hier einen guten zu geben ihr habt mich jetzt zwei mal getrollt ist reich das reicht ne zweimal getrollt es reicht so mittlerweile argentinien und portugal da kann man mal jetzt ein der big boys gern kommen hier let's go letzte paket freunde wie gesagt haben wir ein million kreis verbrannt verraten portugal und argentinien trotzdem könnte ich einen titel schreiben werde ich aber nicht machen weil wir die geistig behinderten gezogen haben von argentinien und portugal ja da war die ist jetzt auch nicht so mein lieblingsspieler den ich unbedingt haben wollte rating ist ganz okay ja wie gesagt für den alt 170 800 keine ahnung was die kosten 170k naja schreibt mal rein wie ihr die packs fandet freunde ich fand die absolute auswahl was wir bekommen haben aus informpacks muss ja sagen informpacks kosten nichts das ist okay aber die trotz packs was haben die spieler gekostet ich glaube kein einziger spieler hat mehr gekostet wie das pack also ich glaube nicht ne chemisch ist auch billiger können wir kurz gucken was chemisch kostet aber ich glaube chemisch kostet auch kein 170.000 mehr chemisch ist der teuerste von denen gewesen deswegen chemisch kostet vielleicht 170 also ja okay mit chemisch haben wir das pack wieder raus das war das einzige pack wo kein minus war bei den anderen packs alle minus also meiner meinung nach so wir haben jetzt fünf stück gemacht lohnen die sich so nicht zu machen wenn vielleicht die upgrade setz noch mal kommen könnte es sich lohnen freunde so aber nicht so würde ich euch empfehlen die nicht zu machen informpacks wie gesagt auch ein bisschen warten bis da noch die preise günstiger werden wenn die so 15.000 oder noch weniger kosten könnt ihr die holen die informpacks so kosten ja 20 22.000 würde ich die auch nicht mal aber wenn ihr natürlich genug habt könnt ihr es natürlich trotzdem ich hoffe es hat euch mit diesem video gefallen wenn ja gebt mir sehr sehr gerne einen daumen nach oben schreibt was in die kommentare ciao ciao bis die time an dem vorderen